Mein Name ist John Stiefler, ich wohne hier in Trimis, zusammen mit meiner Frau und zwei Katzen. Ich hatte 2014 im August ein Spinals-Antrieursyndrom. Es ist eine Durchblutungsstörung vom Rückenmark und darum bin ich im Rollstuhl. Die einzelnen Geräte helfen mir eigentlich den ganzen Tag. Ohne diese kannst du überhaupt nichts selber machen. Ich habe das Hausmaid-Veranstaltung mitgezogen. Das brauche ich eigentlich fast am meisten. Dann machst du die Tür auf. Öffnest du die Tür draussen. Du schaltest das Licht ein. Du schaltest den Fernseher ein. Der Lift, um aus dem Haus zu gehen. Das brauchst du eigentlich den ganzen Tag. Das ist ein Sprachen-Kennungsprogramm für den Computer. Das ist eine Integra-Maus für den Computer zu steuern. Die Integra-Maus, die brauche ich im Computer wie jeder andere, die Tastatur oder die Maus, die man normal braucht. Ohne diese kann ich eigentlich gar nicht brauchen. Und damit mache ich eigentlich alles, was die anderen über die Maus oder die Tastatur machen. Ich brauche jetzt doch schon ein paar Jahre. Und es sind eigentlich sehr zuverlässig. Ja, ich bin sehr zufrieden. Es wird immer geholfen, wenn irgendetwas nicht tut. Oder wenn man irgendetwas braucht. Ja, gerade wenn du zum Beispiel ein neues Gerät hast, das man auf das Haus-Mate programmieren müsste. Oder das hilft einrichten. Sehr unkompliziert und sehr freundschaftliche Beziehung. Ich habe die Erwartung, dass ich eigentlich so selbstständig wie möglich sein kann. Ja, dass das eigentlich mehr das Leben erleichtert. Im Alltag und auch mit der Arbeit. Ich bin ja hier im Bündnerland und das ist immer schönes Wetter. Und dank diesen Geräten kann ich selbstständig über die Lutsche raus auf einen Sitzplatz. Das wäre ohne diesen Gerät nicht möglich. Ich bin ja hier im Bündnerland. 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 Vielen Dank.